Der erste Spiel gegen Aris mit dem Team war sehr gut. Wir waren sehr stark, hinterher und zusammen. Und auch für mich, weil es mein erstes Spiel mit Ophi war. Und es war eine gute Leistung, weil wir nicht bekommen. Der nächste Spiel gegen Ajax wird nach Hause mit unseren Fans. Und ich bin sehr froh, mit ihnen zu spielen. Denn was ich hier sehe, was ich in der Stadt sehe, sind sehr gute Fans. Und ich bin froh, mit ihnen zu spielen. Für die Spiel gegen Ajax wird es auch sehr schwierig sein. Wie gegen Aris, denn es ist ein starkes Team mit qualitenden Spielern. Aber wir haben auch qualitenden Spielern und spielen zu Hause mit unseren Fans. Also wird es ein starkes und sehr guter Spiel sein. Über das Spiel mit Kamerun, mein National Team. Das war mein erstes Spiel. Im ersten Spiel haben wir 2-0 gegen Malawi. Das war ein sehr guter Spiel. Und das zweite Spiel war ein schwieriges Spiel gegen Ivory Coast. Wir verlieren 2-0 gegen 1-0 gegen Malawi. Aber wir haben vier mehr Spiel in Oktober und November, um die Qualifikation für den World Cup. Mein Gefühl, wenn ich mit meinem National Team, Kamerun, bin ich sehr stolz, für mich und meine Familie. Weil meine Familie in Kamerun war da. Und auch für den Hand-on-Tab-Lion. Das war sehr gut für mich. Und ich bin sehr stolz. Vielen Dank. Also, yes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017